Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um die Quartalszahlen von Apple. Und zwar hat Apple jetzt eben die Zahlen veröffentlicht für das letzte Financial Quarter, nämlich das Weihnachtsquartal 2019. Und das sind absolute Monsterzahlen. Apple hat nämlich in allen Bereichen Rekordzahlen eingefahren. Und jetzt kommt's. Die Market Cap von Apple, also deren Börsenbewertung, ist jetzt höher als die von allen DAX-Unternehmen zusammen. Und an der Stelle ist jetzt einmal Deutscher wieder ein bisschen mulmig. Das ist gar nicht mal unbedingt so eine Schwäche der deutschen Unternehmen, obwohl die jetzt natürlich auch nicht unbedingt glänzen. Aber der DAX hat sich in den letzten Jahren ja eigentlich ganz positiv entwickelt. Aber Apple hat einfach diese Monsterzahlen. Die haben jetzt eine Börsenkapazität von 1.400 Milliarden Dollar. Einfach mal so als Vergleich. Die größten deutschen Unternehmen wie ein SAP, ein Linde oder ein Siemens, die sind ja 100 Milliarden an der Börse wert. Das heißt, Apple ist einfach 14 Mal so viel wert wie so ein Siemens. Und wenn man sich anschaut, dass eben so ein Daimler oder ein BMW eben nur 50 Milliarden wert ist, dann ist eben Apple so viel wert wie alle diese 30 DAX-Unternehmen zusammen. Also echt heftig. Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass vor ein paar Jahren diese Trillion Dollar Company, diese 1.000 Milliarden Börsenbewertung, doch sie diese magische Grenze war. Da war Apple ja damals eben noch bei, weiß nicht, 700 Milliarden. Und da hat man gedacht, boah, kann jemals eine Firma die erste Trillion Dollar Company werden? Mittlerweile hat es Apple ja geschafft, Microsoft hat es geschafft, Amazon hat es auch geschafft. Und Apple ist jetzt eben schon bei 1,4 Trillion, also 1.400 Milliarden. Das heißt, die 2 Trillion Dollar Company ist wahrscheinlich auch bald am Start. Also unglaublich, was Apple da geschafft hat. Genau, vielleicht kurz zu den Zahlen. Die haben dann eben im letzten Quartal 92 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und ein Profit von 22 Milliarden, was natürlich eine enorme Profit Margin ist. Und spannend ist für mich immer zu gucken, wie sich diese Umsätze eigentlich aufgeteilt haben. Apple macht dann ja immer diesen Breakdown nach Kategorien. Die größte Kategorie nach wie vor natürlich iPhone. Also iPhone macht eben 61 Prozent der Umsätze aus. Die Zahlen schwanken so ein bisschen, manche reporten eben 58 Prozent, manche 61 Prozent, aber ungefähr 60 Prozent der Umsätze werden durch iPhone ausgemacht. Auf der einen Seite kann man sagen, immer noch eine sehr hohe iPhone-Abhängigkeit, klar. Auf der anderen Seite hat man eben auch gesehen, wie sich eben diese iPhone-Umsätze auch über die Zeit stabilisiert haben. Man hatte ja Angst, dass irgendwann wirklich auch der letzte Mensch auf der Welt ein iPhone hat und dass es Wachstum immer aufhören muss. Diese Sorge war einerseits berechtigt, auf der anderen Seite hat es Apple wirklich super gut verstanden, diese iPhone-Line-Up eben so aufzubauen, dass für jeden was dabei ist. Auf der einen Seite, wenn du immer das Neueste und Beste haben willst, dann gibt es jetzt eben das iPhone 11 Pro Max mit viel Speicher, was dann echt 1600 Euro kostet. Aber wenn du günstig einsteigen möchtest, dann kannst du eben dir ein iPhone 7 oder ein iPhone 8 für 350 Euro kaufen. Also echt super Preispunkte. Das heißt, Geld ist jetzt eben nicht unbedingt ein Grund, eben nicht zu Apple zu gehen und nicht ins Apple-Ökosystem reinzugehen. Und ihr wisst ja, wenn ihr an einem Apple-Ökosystem drin seid, dann ist es wirklich extrem unwahrscheinlich, dass ihr jetzt eben zu Android wechselt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer mehr Leute, die dann eben auch sagen, Mensch, Apple ist ja ganz cool, kann ich ja eben auch mal ausprobieren. Und dann probiere ich eben auch mal das iPhone aus, gerade bei den attraktiven Preispunkten. Die nächstgrößere Kategorie bei Apple sind die sogenannten Services. Und bei Services fällt ja rein, einerseits die Umsätze aus dem App Store, dann eben alles, was irgendwie mit iTunes zu tun hat, also Filme, Musik und so weiter, Apple Music, dann Sachen wie iCloud und dann eben auch dieses neue Apple TV Plus, wobei da die Umsätze noch relativ überschaubar sind. Also diese Services-Umsätze, die wachsen nach wie vor sehr stark. Ich würde sagen, das ist schon größtenteils eben der App Store. Aber selbst so ein Apple Music hat ja mittlerweile schon 70 Millionen bezahlte Abonnenten. Das heißt, die sind zwar noch nicht so groß wie Spotify, aber dafür, dass Apple das eben so nebenbei betreibt, sind es eben schon ganz erstaunliche Zahlen. Die Services-Umsätze bei Apple, die sind deshalb so wichtig, nicht nur, weil sie stark wachsen, sondern weil sie auch für Wall Street eben sehr relevant sind, weil das ja diese Subscription, diese Abo-Umsätze sind. Und die sind ja immer sehr, sehr konstant. Das, was Wall Street immer haben möchte, sind eben Cashflows, die eben sehr berechenbar sind und nirgendwo sind sie berechenbarer als bei Abo-Geschäften. Deshalb werden ja auch solche Firmen wie Salesforce, die ja Software-as-to-Service anbieten, aber eben auch Amazon mit ihrem Cloud-Geschäft oder Microsoft mit ihrem Cloud-Geschäft sehr positiv von der Börse gesehen, weil man eben weiß, okay, die haben so und so viele Abonnenten, ob B2B oder B2C und da können wir uns relativ sicher auf die Cashflows dann eben auch verlassen. Und bei Apple hatte man ja immer so die Angst, naja, wenn die jetzt eben ein iPhone rausbringen, was eben nicht so toll ist, dann könnte es da eben einen Knick im Umsatz geben. Und einerseits hat ja allein die iPhone-Sparte gezeigt, dass sie dagegen relativ immun sind und auf der anderen Seite helfen diese Services eben mit ihrem Subscription-Umsatz eben dabei, das Ganze wirklich sehr konstant zu stabilisieren. Dann gibt es ja eben noch die Kategorien Mac-Sales und iPad-Sales, die sind dann eben bei 7 und 8 Prozent jeweils. iPad ist ja eine Kategorie, die im letzten Jahr nicht so stark gewachsen ist, weil es eben keine neuen iPad-Pros gab und bei den Macs, da gab es zwar eben den neuen Mac Pro, aber einerseits ist es natürlich ein Nischenthema und andererseits ist es eben auch erst am Ende des Jahres rausgekommen. Und obwohl natürlich der teuste Mac Pro ja 50.000 Euro kostet, ist es natürlich jetzt nicht so ein Produkt, was jetzt so hohes Umsatzvolumen ausmacht, weil davon dann eben auch nur ein paar Tausend auf der Welt dann verkauft werden. Am spannendsten bei Apple ist aber aus meiner Sicht im Augenblick gerade diese Wearables-Kategorie. Und Wearables sind ja bei Apple dann eben vor allem die Apple Watch und die AirPods. Also die Apple Watch, die war im Weihnachtsgeschäft eben der Renner, weil die Apple Watch Series 3 eben ganz stark reduziert war. Die neueste Apple Watch ist ja die Series 5, also das ist quasi die Hightech-Variante, aber die Series 3 ehrlich gesagt, die ist wahrscheinlich 80 Prozent genauso gut und die kostet eben offiziell bei Apple auch nur 199 Dollar in den USA und war bei ganz vielen Händlern eben reduziert auf sogar 149 oder 129 Dollar und somit dann eben das perfekte Weihnachtsgeschenk. Und ich glaube, die Apple Watch, man sieht sie einfach immer häufiger und das ist einfach so genial von Apple, dass die jetzt ja schon ein paar Jahre alt ist und am Anfang waren es natürlich immer die Early Adopter, die sich so eine Apple Watch gekauft haben. Aber mittlerweile sehe ich wirklich jeden, also jeder hat so eine Apple Watch, weil die eben einfach sehr günstig ist. Und das Spannende ist eben, dass auch Leute, die noch bis vor ein paar Jahren eben gerne richtige Uhren getragen haben und zum Teil auch richtig schicke Uhren getragen haben, sowas wie Omega, Rolex und so weiter, dass die eben alle auf Apple Watch umsteigen. Jetzt muss man sich mal überlegen, dass jetzt eben Leute ihre 10.000 Euro Uhren nicht mehr tragen und stattdessen halt ihre 200 Dollar Apple Watch tragen, weil die einfach funktionaler ist, zum Teil auch cooler, aber vor allem eben auch nützlicher. Das heißt, Apple Watch für Apple einfach ein riesiger Erfolg und ich gehe davon aus, dass über kurz oder lang eigentlich jeder, der ein iPhone hat, auch irgendwie eine Apple Watch haben wird. Genau, und zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zu den AirPods, weil die AirPods ja wirklich so der Monsterwachstumstreiber auch bei Apple sind. AirPods ist ja einfach ein extrem beliebtes Produkt und man sollte meinen, dass die zu Weihnachten auch eines der beliebtesten Geschenke gewesen wären, wenn man sie denn hätte kaufen können. Denn gerade die AirPods Pro, die neuen, die waren überall ausverkauft. Die AirPods Pro, die kosten ja 250 Dollar oder 280 Euro, glaube ich. Und das Killer Feature ist ja diese Noise Cancellation und ich glaube, die sind irgendwie bis März oder sowas nicht mehr wirklich verfügbar. Also da hätte Apple wirklich noch deutlich mehr verkaufen können, wenn sie denn verfügbar gewesen wären. Und man sieht eben, dass selbst ein Apple mit dieser riesigen Supply Chain, mit diesen Produktionsmöglichkeiten eben nicht diese riesige AirPods-Nachfrage bedienen kann. Und genauso wie ich ja vorhin gesagt habe, dass irgendwann jeder, der ein iPhone hat, auch eine Apple Watch haben wird, genauso wird auch jeder irgendwann AirPods haben oder sogar AirPods Pro. Und da muss man sich mal anschauen, ein iPhone irgendwo 300 bis 1500 Euro, eine Apple Watch zwischen 200 und 500 Euro, Airpods zwischen 150 und 250 Euro. Da kommt eben wirklich einiges zusammen, wenn man allein in diesem Apple-mobilen Ökosystem eben mitspielen möchte. Aber die meisten Leute wollen es eben auch, weil einfach diese Apple Watch so extrem nützlich ist und die AirPods selbst natürlich einfach das beste Produkt, das Apple seit Jahren rausgebracht hat. Aus meiner Sicht das beste Produkt seit dem iPhone selbst. Also zusammenfassend, Apple auf Rekordkurs. Die Aktie hat sich im letzten Jahr eben verdoppelt. Also alle Apple-Shareholder, die müssten da eigentlich extrem happy sein. Und ich selbst trete mich eher dafür, warum ich nicht mehr in Apple investiert habe, weil ich ja großer Apple-Fan bin und Apple-Beobachter. Und vielleicht sollte ich mal weniger Zeit damit verbringen, mit Apple-Devices rumzuspielen. Und einfach mal mehr Zeit damit verbringen, einfach Geld in Apple-Aktien zu investieren. Also, gute Nachrichten für alle Apple-Fans. Super starke Zahlen. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so bleiben. Und Apple ist auf dem besten Weg dazu, die erste 2-Trillion-Dollar-Company zu werden. Und damit dann vielleicht bald doppelt so viel wert wie der komplette DAX. Wer weiß. Also, bis zum nächsten Mal.